Die Otto-von-Giericke-Universität Magdeburg lud Mitte Juni wieder Schulklassenabstufe 11 zu den Schulprojekttagen ein. Schulen des Landes Sachsen-Anhalt und in angrenzenden Bundesländern konnten auf dem Unicampus in zahlreichen Informations- und Beratungsangeboten alles Wichtige zum Studium sowie zu Berufs- und Karrierechancen an der Universität Magdeburg erfahren. Das Angebot nahmen die Schulen sehr gut an. Die SchülerInnen konnten aus mehr als 60 Angeboten wie Workshops und Vorlesungen wählen und beispielsweise neue Studiengänge wie Biomedical Science kennenlernen, aber auch Einblicke in Sportlabore bekommen oder mehr über die Herstellung von Halbleitern erfahren. In persönlichen Gesprächen mit Studierenden und weiteren Angehörigen der Uni war ein Kennenlernen der über 50 Bachelorstudiengänge der Universität Magdeburg möglich. Insgesamt bekamen die SchülerInnen einen intensiven Eindruck vom studentischen Alltag und dem Campus.